... ansprechen. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzumachen. Und, was viele auch nicht wissen, es gibt wirklich auf fast allen Reisen, die destinationsmäßig so interessant sind und auch die richtige Länge haben, Lektoren. Auch auf AIDA. Und da liegen ganz viele Gäste ganz viel Wert drauf, dass es eben Lektoren auch auf diesen Schiffen gibt. Nicht nur auf MS, Deutschland. Da gibt es ja nicht mehr. Also, wie gesagt, gucken Sie einfach mal. Ich möchte Ihnen ans Herz legen, da mal reinzukommen in dieses Programm. Da steckt unheimlich viel Herzblut dahinter. Das machen Kollegen, die sich mit jedem einzelnen Programm auseinanderreffen und sagen, ist das was für unsere Gäste und können wir da auch was machen. Und jetzt geht's rund.